Servus Leute und willkommen zu einem neuen Warframe Video. Es ist mal wieder Mittwoch, das heisst die neue Primetime steht bereits vor der Tür. Und was es da alles so abzustauben gibt, schauen wir uns gleich an. So, und so sieht das Ganze aus. Ja, abzustauben gibt es Nitein-Extrakte und so ein paar, was sind das, Noggel-Statuen, ne? Ja genau, Noggel-Statuen. Drei Stück von New War, glaube ich, ja, der New War, genau. Das gibt es abzustauben in dieser Primetime. Ich glaube, was mich am meisten interessieren würde, sind die Nitein-Extrakte. Die braucht man ja hier und da und die sind ziemlich, ja, blut zu farmen. Aber man kann sie ja auch durch die Nightwave holen, also ist es da auch nicht so ein grosses Problem. Aber trotzdem, 10 Nitein-Extrakte nehme ich gerne mit. Und das Ganze kann man abzustauben, während man den Warframe International Stream schaut. Und der beginnt heute Abend, 29. November, genau, das ist heute, ja, um 3 Uhr PM ET. Das heißt, für unsere Zeit ist das 21 Uhr. Das dauert immer eine Stunde, von 21 Uhr bis 22 Uhr. Und danach noch bei der Primetime Nummer 371. Und die findet statt am 30. November, also bei Ihnen. Bei uns ist es, ja, wird es der 1. Dezember sein. Ähm, ja, genau, der 1. Dezember. Und zwar 6 PM ET, das heisst genau Mitternacht. Mitternacht bis 2 Uhr in der Früh. Das dauert immer 2 Stunden, die Primetime. Ähm, ja, und da kann man diese Sachen hier abstauben. Nicht alles, ne, man kann nur 3 Drops. Der Drop Nummer 1 ist 10 mal Nitein-Extrakt bei 45 Minuten. Also spricht das hier, ne. Und Drop Nummer 2 ist eine Random-New-War-Noggle-Statue. Einer von den 3 hier. Und der dritte Drop ist nochmal dasselbe. Einer von diesen 3 Statuen hier. Wenn ihr natürlich Pech habt, bekommt ihr plötzlich 2 mal, ja, den hier, oder den hier, oder den hier, oder, ja. Einer werdet ihr wahrscheinlich zu 100% nicht bekommen. Schade, schade, aber so ist es halt nun mal. Ähm, ähm, ja, so ist es. So, und, äh, danach sind natürlich noch die Community-Drops, ne. Die finden nicht am Freitag, sondern am Samstag, am 2. Dezember statt. Und zwar eine Fluffish, äh, ja, eine Fluffi. Kriegt ihr bei Depth in Englisch von 12 p.m. bis 1 p.m. et. Das heisst, für uns von 18 Uhr bis 19 Uhr. Könnt ihr da zuschauen. Eine halbe Stunde. Und danach kriegt ihr diesen Fluffi quasi geschenkt. Und danach, äh, noch dieses Note hier. Das, ähm, findet bei Vivi Height Angel statt. French, also französisch. Versteht man wieder nix. Aber ich finde es ja gut, dass man, ähm, hier auch die Community ein bisschen pusht und so weiter und so fort. Finde ich ja eine gute Sache an und für sich. Aber ja, wenn man danach selber nix versteht, ne, bringt das halt auch nicht viel. Da, äh, ja, würde man den Stream wahrscheinlich zuschauen. Einfach ohne Ton. Aber, ja, gut, ich werde wahrscheinlich eh nix schauen. Daher, ähm, ja, ist es halt so. Von 3 p.m. bis 4 p.m. et. findet dieser Stream hier statt. Bei Vivi Height Angel. Ähm, das heisst, für unsere Zeit 21 Uhr bis 22 Uhr am Abend. Ist wenigstens noch so eine Zeit, wo man hier und da vielleicht zu Hause ist. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Ich bin wahrscheinlich nicht da. So, gut, ähm, das wär's dann auch schon. Schon wieder gewesen. Ein Kunitain-Extrakt, genau. Ähm, ja gut, ich hab schon irgendwie fast 300 Stück mittlerweile. Also, ich brauch's jetzt nicht unbedingt. Aber, klar, wenn man's schon geschenkt bekommt, warum auch nicht. So, ähm, ja, wie gesagt, das wär's gewesen von diesem Video. Ähm, und somit, äh, wünsch ich euch viel Spass beim Drop. Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder, Leute. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.